jo und hallo zu einer weiteren folge von sims 3 und kuhlmann hat er kann das ist nachher so ein haus und das war noch nicht fertig gewesen 500 dollar setzen hier das wollen wir nicht okay er kann aber nicht duschen das dinge ist kaputt jetzt haben wir denn wir haben dienstag muss er mal aufstehen ist gut gepennt muss hier einmal das bad reparieren der junge sollte ich dann noch mal duschen können ach jese wir haben uns zur schule ne ach gut zusammen tschüss so hier sind wir auch gesperrt damit repariertest du trotzdem repariertest du dass wir auch die große freude hier damit muss er aufsäubern so äh schmeißen wir den kuppern ne ja ja da muss ich mir mal die selbstverständlichen reinigen so ja na mach das ok ok du musst ja auch essen ist ja richtig so wenn wir nicht so musik machen aber bevor du musik machst äh aufräumen so was ist denn da hier vor Programm klavier im park spielen wo kann denn das im park so müsste ich eher mal hier zum park gehen da muss ja irgendwo ein klavier sein so hier ist kein klavier wenn wir ein klavier spielen wenn hier gar kein klavier ist ich kann mit dem park klavier spielen weil hier ist kein klavier ich sehe jedenfalls keinen Spontan sehe ich hier kein Klavier. Da muss er sein Ding da mitnehmen. Hm. Sonst irgendwo noch was mit Klavier hier irgendwo. Was ist das? Huh. Ah. Ein Friedhof. Sehr einladend. Hm. Na doof. Wollte er ein Klavier spielen? Hier kann man auch kein Klavier spielen. Grillen kann man hier. Ich verspielen. Auch mal grillen. Hm. Hm. Ha, 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 ha. Ich frage mich, wie das geht. Also er hat hier... Nee. Gut, lass mich stehen. Aber wie machen wir es mit dem Klavier spielen? Da muss er so nach Hause, glaube ich. Kann das einpacken in sein Inventar? Mal aufzuspielen. So. Mal aufzuspielen. Kann er lassen sein Inventar packen? Äh, also Mieber. Hm, äh, nee. Allein spielen, James beginn. Los. Filmen. Hm. Ne, geht nicht. Das Klavier kann man nicht mitnehmen. Warum muss ich das, äh, in den Park aufstellen? Äh, gehen wir mal zum Park. Was ist der Park? Da ist der Park, ne? Da ist der Park. Stopp. Kein Klavier, ich sehe kein Klavier. So, wenn ich jetzt, äh, hierhin gehe, geht das? Ne, dann war er wieder nach Hause. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Hm. Shit. Nein, das bringt gar nichts. Dann können wir es auch löschen. Klavier, kein Klavier im Park steht. Ich kann ja in der Stadt selber nichts verändern, irgendwie. Ja, benutzen und säubern solltest du es auch. So, geht nicht. So. Okay. Hm. Wo soll das gehen? Äh, Park, der kein Klavier hat. Hier steht Essen rum. Schaukeln. Oh, kein Klavier. Hm. Ist doch hier Park, ne? Ich sehe hier schon spontan kein Klavier. Hm. Kein Klavier. Hm. Wo soll denn das gehen? Ja, ist noch da. So. Und ein Klavier? Äh, viel. Größeres Problem. Hätte ja gar keine Platziertkriege. Er kann das ja nicht mehr in sein Inventar tun. Das ist ja. Hm. Im besten würde ich nicht helfen. Ach, der Lütte bade ich jetzt, ne? Er ist da. Lüttenbad. Okay. Das beschleunigen wir mal. So ruhig, soll ich sauber baden? Schön aufweichen. Schubbelig aufbekommen. Ah, da muss einer zur Arbeit. Auf geht's. So. So. Lütte ist auch müde. Äh, okay. Äh, nein. Bett machen. So. Und dann, äh, schlafen. Hat die Hausaufgaben eigentlich alle fertig? Hausaufgaben muss er erst noch machen. Ich kann aber erst noch nicht schlafen. Ja, Moment. Zu wenig Energie, um das zu können. Muss er das irgendwie nachts machen. So. Ähm, ja, gleich haben wir es. Wird rechtzeitig rausgeschlafen sein. Hier schon. Und noch mehr Geld nach Hause gebracht. Das ist fleißig. So, das sind jetzt auch nur ganz alle. Da sollte er hier nochmal einen kleinen, äh, Snack nehmen. Snack essen. Müsli. Hup. No. Und, dann. Baden nehmen. Und dann, äh, schlafen. So, kommt das Programm hier. Beschleunigen wir. Schnell durchziehen hier. No. Hände ich vorher schon umkippen. Badeband, er trinkt oder so, vor der Müdigkeit. So. Höchst gedankt. So, schlafen beide. So, wird gleich ausgeschlafen. Genau. Ja. Genau. Ist jetzt ausgeschlafen. Kann seine Hausaufgaben machen. Und dann, äh, Snack essen natürlich. Müsli. So. Und dann beeil dich mal. Wir haben nicht nur Tagzeit. Denn ich muss ja auch gleich mal ins Bett. So. Zack. Fertig. So. Okay. Jetzt schon mal was essen. Was machen wir denn jetzt mal? So. Alltag. Alltag. Alltag drei. Das ist jetzt so. Das sind keine Warneregelusten, ne? Ne. Keine Aktion verfügbar. Ist echt schade. Nicht geht. Ach, weil wir ihn so. Aber gut. Behoffen wir, dass wir mit einem großen Klavier. Mit dem kleinen da ankriegen. Ich habe jetzt meine rechte Piano nicht. So. Alles klar. Hm. So. Ach, hier. Auch die Frisur ist auch scheiße. Äh. Aussehen endet. So, so. Ja, so. Tatsächlich für jedes Outfit die Haare. Ja. Ja, aber egal. Ja. Dann nehmen wir die Haare hier auch. Diese hier. Also, wenn ich noch ein paar Haare runterlauern. Das werde ich heute Nachmittag tun. Weil ich mich ausgeschlafen habe. So. Haare. Okay. So. Was man so? Das ist klar. Fertig. Ja, wie so? Hält es jetzt. Ist ziemlich standard. Ja. Im Moment haben wir noch nicht so viel Haare Auswahl. Wir sollten das unbedingt fixen. So. Okay. Was kann der Kleine jetzt nochmal? Hausaufkammer hat er fertig. Aber kann ich auch noch nichts anfangen. Nichts. Noch was lesen. Nee, weglegen kann er das mal. So. Das hier. Darf er noch nicht lesen. Das hier. Das hier. Logik. Dann kann er das mal lesen. So. Wo sind denn? Ein bisschen Logik. Kann nicht schaden. Dann liest er bitte mal. Das ist aber schon fast fertig, das Buch. So, also nicht so lange. So, gut so. Kann ich auch gleich endlich schlafen gehen. Was denke ich hier nicht anfangen? Schauen wir mal, was das sammelt da. Jetzt haben wir das Tagebuch. So. Da steht alles drin, was er hier so gemacht hat. Gefunden, ich hätte noch nicht so viel geschafft. Ja, so. Hm. Da hat irgendwie nichts geschafft hier. Okay. So. Hopp, 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 hopp. Ach, diese Lenkung ist so übertrieben. Seht ihr da? Ich tippe nur einmal rauf und dann ein Riesensprung. Ganz recht herzend. So, ich weiß nicht. Du wirst die perfekte Position finden. So, das Buch durch jetzt. Fertig gelesen. Ja, die ist noch nicht fertig. Jetzt bin ich noch. Ich bin noch ein bisschen länger dran. Okay. Gibt es noch was zu lernen drin, ne? Ich werde aber schon nicht mehr aus, natürlich. Jetzt aus. Oh, er muss zur Schule. Alles klar. Jetzt sind wir auf zur Schule. Durchschnittlich, äh, hart arbeitend. Und kann man neue Freunde finden, ne? Machen wir das mal ruhig. Neue Freunde finden. Kann nicht schaden. Der Gute, äh, schläft sich noch aus. Er hat aber schon mal Hunger im Programm, wie ich sehe. Äh, Frühstück servieren. Waffeln. Ach, Waffeln war doch unbedingt, wollte er unbedingt machen, ne? Ja. Waffeln, alles klar. Waffeln. Und dann Agenda. Man soll auch Waffeln machen, ne? So. 25.000 haben wir ja bald. Kann man schönes Klavier hinstellen, weiß noch nicht, wo ich das hinstelle. Der Platz dafür ist ja mäßig. Da muss man hier noch ein bisschen umstellen, ne? Warten wir. Wie ist es gerade danach? Warte mal kurz. Und so. Ja. Das hier mal rüber. Und das hier mal rüber. So. So. Die erste schon war da in den Raum stellen, hier so. Und das Kücherregal passt es hier irgendwo hinten noch? Nein. Das ist ja nicht hin. Das ist ja nicht hin. Wo es hinstellen kann, wie die Lampe. Und da hin. Das Kücherregal. Das machen wir so. Zack. Yes. Genau. Und man kann hier... Das Klavier da hin. So. So. Noch kann die erste... Nein, nein, nein. Ja, gleich. Das große Klavier. So. So. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Umaufteilung, ne? So. Viel besser. Nein. Alles gut. So machen wir das. So machen wir das. Auf geht's. Herrlich. So. So machen wir das. Gucken wir uns nicht in Zeitrufe an. Das beschleunigen wir einfach total. Okay. Und das ist die Reste wegstellen. Und da musst du hier mal säubern. Ne? Das ist übrigens hier auch. Äh, auch dran, ne? Ja, Rumpas sind säubern. So. Ne, da müssen wir sie. Oh, ist ja. Kleine Säubern hier da. Okay. Okay. Okay, jetzt haben wir sie da. Immer Stürzheimen. Ist das immer zu dreckig? Wieso denn will immer? Da ist, glaube ich, draußen vor der Tür, ne? Ne, ja, hier draußen nicht so viel Müll. Achso, cyclen. Cyclen. Und dann, ähm... Äh, la 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 la. Das ist aufgabe. Jetzt aber ruhig zum Ausgabe machen. Ausgabe machen. So. Jetzt geht's. So. So, weiter. So, immer so. So, immer so. So, immer. So, immer. Zusehen. Okay. Komm von da hinten zu. Wo macht das von da hinten? Zusehen. So, immer weiter hin. Da guckst du an den Händen. Machst du hin? Äh, was denn? Äh, Mordheimer Gusel. Äh, Gusel möchte plaudern. Klar, der Lange plaudern. Äh, ich bin zu schnell jetzt ein bisschen. Äh, schlafen gegangen. Okay. Äh, ist aber, passt auch gut. Ist auch gut. Ich muss nämlich auch schlafen gehen. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Pause. Und ja. Dann wünsche ich euch was. Ich will nur noch speichern. Und speichern gleich sowieso. Und wir enden auch nochmal. Aber sicher, sicher. Hab ich schon öfters erlebt, dass Sims 3 beim Beenden abstürzt. Na gut, auch schon mal speichern. Vielleicht ist das jetzt auch gerade passiert. Versprechern dauert extrem lange. Das dauert zu lange. Ah, hat aber geklappt. Alles klar. Gut, dann habt euch wohl. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Euer Jocke. Euer Jocke. Euer Jocke. Euer Jocke. Euer Jocke. Euer Jocke. Vielen Dank.